S Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mini Infio Video Weeeee Ja kurze langes Video wahrscheinlich kurze Nachricht ich mache wieder Videos und versuche sie sogar regelmäßig hinzukriegen wieso habe ich das Gefühl dass ich das nicht erfüllen werden kann Ja, die Sache ist die, dass Nils vorhat, keine Videos mehr, ist auch nur noch selten, zwar hatten wir es ja auch beide eigentlich vor, aber ich dachte mir in letzter Zeit, hey, eigentlich läuft der Kanal, hat ja mal gut funktioniert und ich dachte, ich bringe mal wieder ein neues Material und jetzt bin ich gerade schwer überlegen, was zu Ende des Playprojektes ich denn machen soll und da ist, seid ihr gefragt, schlag mir mal Spiele vor, denn ich wünsche euch dann noch eh nicht spielen, weil ich sie nicht habe und kein Bock habt sie mir zu kaufen, weil sie mir zu lange dauern, aber ihr könnt sie mir gerne trotzdem vorschlagen, vielleicht machen es oder eben nicht Nur oder eben doch Hm, aber wahrscheinlich doch nicht Ja, aber auf jeden Fall, ich versuche hier, bis wir es machen, heute ist das erste schon gekommen und Nils macht dann vielleicht auch nur wir mit mir ein paar Aufnahmen vielleicht um je, Star Wars oder irgendwas anderes Ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem treu, ich bin's wieder Und äh, wenn sie fallen, hat das, drei Daumen da Und der Alpkanspruch, adios, amigo, nam egal, wenn sie fallen, hat das, drei Daumen nach oben da Und ein Abo wäre auch ganz schön nice Dann kauft ihr euch alle jetzt ein Eis Tschö mit Ö Dann 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 Frankfurt Está Weil ich